Wenn ich jetzt mit irgendjemandem nur ein kurzes, schnelles, schnelles Erlebnis suche, dann ist das etwas, was mir sicher kurzfristig mein Ego pusht oder mir eben kurzfristige Pleasure vergnügen gibt. Aber das ist eben eine sehr kurzfristige Sache, die ist eben jetzt. Aber auch eine langfristige Beziehung zu haben, die stabil ist, die einen erfüllt, die einem Halt gibt im Hintergrund. Wenn du mit jemandem darüber reden kannst, was du einen schweren Tag gehabt hast, da kommen immer wieder schwere Situationen auf, dann ist das immens wertvoll. Und warum ich glaube, dass Geschiedene auf dieser Liste quasi die unzufriedensten sind, ist doch auch klar, weil es ist ein Versage. Was ist denn eine Scheidung? Eine Scheidung ist eine Trennung, nachdem du, wenn du das in der Kirche geschlossen hast, dir ewige Treue geschworen hast. Das wäre ein Schwur, den du auch mit dir selber und mit deinem Papa machst. Und wenn du diesen Schwur brichst, was heutzutage definitiv immer häufiger vorkommt, dann zieht man ja statistisch auch, Entscheidungsdaten gehen massiv nach oben, und dann sagen...